Ich hätte gerne eine Packung Aspirin. Sehr gerne. Meine Mama hat gestern nämlich Eifel getrunken und dann musste sie kotzen. Ah, ja, junge Dame. Und wer hat auf dem Weg hierhin im Auto mit dem Apfelsaft gekleckert, weil ihre Patschehändchen die Flasche nicht aufbekommen haben? Und wer hat dem Papa die Billo-Geburtstagskarte gebastelt und Glückwünsche mit Vogel V geschrieben? Oder wer hatte bei der Sesamstraße Angst vor dem so gefährlichen Elmo? Wer kippt ohne Stützräder mit dem Rad um? Wer hatte beim Krippenspiel den Texthänger? Und das hätte ich fast vergessen. Was war denn mit dem Malheur in der Schule? Wer hatte den Stinker in der Hose? Wer hat sich da zum Deppen gemacht? Die Mama, die einmal ein Gläschen Sekt trinkt oder das Prinzesschen? Denkt auch mal drüber nach. Traubenzucker für die Kleinen? Ja, gerne. Was sagt man da? Danke. 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 Danke.